Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um ein Thema, was ihr unter dem vorletzten Video sehr stark angefragt habt. Dort ging es nämlich darum, dass wir mit einem Orten-Effekt unsere Landschaftsbilder noch ein wenig optimieren können. Und da habe ich erwähnt, dass das auch in Lightroom möglich ist. Und da haben ganz viele gesagt, zeig uns doch bitte, wie das auch in Lightroom funktioniert. Dem Wunsch möchte ich heute nachkommen und deswegen zeige ich dir heute an einem neuen Bild, an einem Bild aus Patagonien, wie ich in Lightroom meine Landschaftsbilder noch optimieren kann, mithilfe des Orten-Effekts. Viel Spaß! Für den Orten-Effekt in Lightroom habe ich mir mal dieses Bild aus Patagonien rausgesucht. Das war am Salto Grande und hier zeige ich dir jetzt mal, wie man den Orten-Effekt in Lightroom relativ gut nachbauen kann, wie ich finde. Man muss sich ja einfach nur mal überlegen, was der Orten-Effekt im Prinzip macht. Er hält die hellen Bildbereiche weiter auf, gibt Kontrast mit dazu und macht das Ganze auch ein bisschen unschärfer. Und genau diesen Effekt, den kann man ja relativ einfach erstellen, eigentlich auch in Lightroom. Ich werde das Ganze nicht in der globalen Bildbearbeitung machen, sondern ich nehme mir hier eine lokale Variante. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal hier das Verlaufswerkzeug. Das geht aber natürlich auch mit dem Pinsel oder mit dem Radialwerkzeug. Und um erstmal das gesamte Bild zu bearbeiten, werde ich mir jetzt einfach mal einen Verlauf von hier unter dem Bild nach noch weiter unten aufziehen. Das hat einfach den großen Vorteil, dass das gesamte Bild zu 100% angewählt wurde. Ja, das ist so ein kleiner Trick. Übrigens sowas und viele weitere Tricks gibt es dann auch in meinem Videotraining Lightroom für Fortgeschrittene. Also wenn du da Bock drauf hast, schau da auf jeden Fall mal vorbei. So, also wir haben jetzt das gesamte Bild ausgewählt. Und im Endeffekt, was ich jetzt hier machen möchte, ist, was ich gerade eben schon gesagt habe, ich möchte als erstes mal etwas Belichtung hier mit reinbringen. Und der Orten-Effekt funktioniert ja meistens so, naja, so zwei Blendenstufen nach oben das Ganze. Machen wir das einfach erstmal und ich möchte relativ viel Kontrast drin haben. So, das kann man immer noch wieder zurückstellen und verfeinern und so weiter. Es geht mir erstmal nur darum, so generell diesen Effekt anzuwenden. Jetzt haben wir mehr Belichtung drin, wir haben mehr Kontrast drin. Und was jetzt noch fehlt, ist, dass wir das ganze Bild so ein bisschen weichzeichnen. So, jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, okay, ich nehme jetzt hier mal die Schärfe raus. Ich könnte auf jeden Fall die Klarheit noch zurücksetzen. Und ich kann auch ein bisschen Struktur rausnehmen. So, kommt dem Ganzen jetzt schon ein bisschen näher. Es ist natürlich nicht genau der gleiche Effekt, den man in Photoshop hat. Das muss man ganz klar sagen, aber es kommt dem schon ein bisschen näher. Ich könnte übrigens außerdem hier noch Rauschen entfernt nach oben ziehen. Macht das ganze Bild auch nochmal ein bisschen weicher und nimmt halt, wie gesagt, auch das Rauschen raus. Ja, kann ich jetzt hier mal machen. Perfekt. Sieht auch soweit eigentlich schon mal ganz gut aus. So, und jetzt habe ich gesagt, dieser gesamte Effekt, der wird eigentlich mehr in den hellen Bildbereichen angewandt. Wie kann ich das jetzt machen, dass das Ganze nur in den hellen Bildbereichen angewandt wird, nicht in den dunklen Bildbereichen? Wir haben hier unten die sogenannte Bereichsmaske. Und die ist aktuell ausgestellt und die kann ich jetzt hier mal auf Luminanz stellen. Dann kann ich mir nämlich hier mit diesem Regler einen Bereich aussuchen, einen Helligkeitsbereich, wo dieser gesamte Effekt, den ich jetzt hier gerade eingestellt habe, angewandt werden soll. Aktuell geht der von 0 bis 100. Also von ganz dunkel bis ganz hell. Alles im Bild wird von diesem Effekt quasi überlagert. Ich lasse mir jetzt die Luminanzmaske mal anzeigen. Das ist jetzt ein rotes Overlay und alles, was rot angezeigt wird, quasi, da findet dieser Effekt auch statt. Also überall im Bild. Wenn ich jetzt diesen Bereich hier aber mal ein bisschen weiter nach rechts ziehe, also wenn ich die dunklen Bildbereiche hier mal rausnehme und ich mache das jetzt einfach mal hier von 50 bis 100, dann habe ich genau die rechte Seite, also die ganzen hellen Bildbereiche. Wenn nur noch die von diesem Effekt angezeigt werden und ich nehme jetzt mal die Luminanzmaske anzeigen hier wieder raus, dann sieht der Effekt hier auf diesem Bild schon mal ganz anders aus. So. Und jetzt kann ich natürlich immer noch sagen, oh, der Effekt ist mir aber viel zu stark. Wir können jetzt an sich hier erstmal reingehen und können die einzelnen Regler wieder hoch und runter drehen. Das kann ich jetzt hier mit zum Beispiel machen, wenn ich jetzt sage, die Belichtung ist mir ein bisschen zu stark hier. Das gefällt mir nicht ganz so sehr. Ich kann aber außerdem einfach mal hier auf diesen Pfeil drücken, hier rechts oben. Wenn ich den jetzt nämlich einmal drücke, dann habe ich hier auf einmal einen Betragregler. Dieser gesamte Effekt hier kann jetzt hier mit diesem einzelnen Regler in der Stärke noch eingestellt werden, wie doll das Ganze sein soll. Jetzt habe ich das Ganze zum Beispiel mal hier auf 50 Prozent angewandt, nicht mehr auf 100 Prozent. Und wenn ich jetzt wieder hier reingehe, dann wirst du auch sehen, aha, okay, die Belichtung ist nur noch bei 0,7, der Kontrast nur noch bei 28 und so weiter und so fort. Also relativ einfach jetzt kann ich hier mit diesem Betragregler wirklich alle Regler, die ich eingestellt habe, entweder abschwächen oder noch weiter nach oben bringen. So, und ich würde sagen, hier so ein Betrag von ungefähr, na, nehmen wir mal ungefähr 25 bis 30, um das Ganze so ein bisschen noch zu verdeutlichen. Jetzt haben wir das Ganze mal zu 25 Prozent angewandt, diesen Effekt, und jetzt kann ich den hier an- und ausstellen. So sieht es mit Effekt aus und so sieht es ohne Effekt aus. Mit und ohne. Ja, ist noch relativ stark, dieser Effekt sogar. Und wie gesagt, man kann jetzt noch entscheiden, okay, ich möchte ein bisschen mehr noch die dunklen Bildbereiche mit reinnehmen, zum Beispiel von 35 bis 100. Ja, dann kommen auch noch so ein paar dunklere Bildbereiche hier mit rein, die diesen Effekt dann mittragen. Ich kann jetzt hier die Prozentzahl einstellen, wie doll dieser Effekt angewandt werden soll. Und damit habe ich eigentlich einen relativ coolen Orten-Effekt-Regler mir hier gebaut. Ich kann diesen Effekt jetzt hier übrigens auch abspeichern, indem ich jetzt hier einfach mal draufklicke, nach unten scrolle und sage, aktuelle Einstellung als neue Vorgabe speichern. Und dann sage ich einfach hier mal Orten-Effekt. Und jetzt muss ich mir das gar nicht immer wieder neu zusammenbauen, sondern ich kann jederzeit mir einfach diesen Effekt hier raussuchen und das Ganze dann entsprechend anwenden. Du kannst natürlich auch jederzeit hier reingehen und sagen, naja, mit der Schärfe zum Beispiel, das möchte ich nicht so sehr drin haben. Vielleicht gefällt mir das an der und der Stelle ein bisschen besser. Ich kann auch Dunst entfernen hier noch so ein bisschen rausnehmen zum Beispiel. Das kommt auch ganz schön. Muss man halt aufpassen, wie doll man das macht. Das ist auch von Bild zu Bild immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber einfach mal so der grundsätzliche Gedanke, dass man diesen Effekt, den man eigentlich nur in Photoshop kannte, den kann man auch relativ gut mit Lightroom nachbauen. Und jetzt kommt natürlich noch dazu. Wir haben das Ganze jetzt auf das gesamte Bild angewandt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, hier in dem Wasser gefällt es mir nicht ganz so sehr, dann gibt es auch dafür eine Lösung. Denn ich kann ja in diesem Verlaufsfilter hier jederzeit mir noch einen Pinsel nehmen und kann bestimmte Stellen davon wieder rausnehmen. Als erstes müsste ich jetzt hier mal meinen Pinsel einstellen. Also ich müsste die Größe hier ein bisschen kleiner machen. So. Und ich möchte das Ganze auch noch rausnehmen. Das heißt, ich drücke jetzt hier mal die Options- oder die Alt-Taste und dann siehst du, dass dieser Pinsel ein Minus in der Mitte hat. Und schon kann ich diesen Effekt an dieser Stelle dann entsprechend rausmalen. Und du siehst, zack, auf einmal wird das Ganze auf dem Wasser hier nicht mehr angewandt. Das müsste ich jetzt hier natürlich ein bisschen genauer machen. Aber du kannst halt auch sehr gut jetzt im Nachhinein noch bestimmte Stellen aus dem Bild rausmaskieren, die du dann nicht von diesem Effekt haben möchtest. Und genauso kann ich halt auch, wenn ich nicht die Alt- oder die Optionstaste drücke, mit genau diesem Effekt auch bestimmte Sachen irgendwo wieder reinmalen. Du siehst also, du hast alle Möglichkeiten, auch in Lightroom das Ganze entsprechend zu machen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du mehr solcher Tricks für Lightroom lernen möchtest, aber schon fortgeschritten bist, dann gibt es das Videotraining Lightroom für Fortgeschrittene in meinem Online-Store auf www.stephanschäfer.de. Schau da einfach mal vorbei. Falls du neu in Lightroom bist und dir das jetzt das erste Mal angeguckt hast und gesagt hast, Mensch, Bildbearbeitung in Lightroom möchte ich auch können, dann gibt es natürlich auch einen Kurs für Anfänger. Also einfach mal reinschauen, würde mich sehr freuen. Und ansonsten kann das Video natürlich auch einen Daumen nach oben bekommen, falls es dir gefallen hat. Und wenn du Fragen oder Videovorschläge hast, so wie jetzt auch dieses Video hier vorgeschlagen wurde, dann einfach unten in die Kommentare, damit ich freue mich da drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.